Quick-Tipp heute, wie kann ich einstellen, dass ich jeden Morgen eine Terminübersicht per E-Mail bekomme? Das ist ganz einfach in OnOffice zu lösen, unter Extras, Einstellung, Benutzer, dann wählt man den Benutzer aus und dann einmal auf den Reiter Einstellung gehen, das ist der zweite Reiter und dann findet ihr oben rechts tägliche Terminübersicht. Einmal die Checkbox aktivieren und schon bekommt ihr jeden Morgen die aktuellen, die tagesaktuellen Termine zugeschickt.